Wie hoch ist die Strafe für Fahren ohne Fahrerlaubnis? Mein Name ist Benjamin Grunst, ich bin Partner der Kanzlei Buseherz-Kunst-Rechtsanwälte und Fachanwalt für Strafrecht. Wenn Sie Interesse an weiteren spannenden Videos aus dem Bereich des Rechts haben, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da und klicken Sie auf die Glocke. Zwar noch kein Führerschein gemacht, aber schon einmal ein paar Runden mit dem Auto eines Freundes drehen? Fahrerlaubnis entzogen, aber fahren kann man ja trotzdem noch, solange man nicht erwischt wird, oder? Möglich ist das natürlich, strafbar ist das aber auch. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat, die leider auch häufig mit einer Haftstrafe endet. Grund genug, sich mit dem Straftatbestand und den folgenden Konsequenzen auch auseinanderzusetzen. Welche Strafe gibt es für das Fahren ohne Fahrerlaubnis? In der Regel wird Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. In bestimmten Fällen ist die vorgesehene Strafe allerdings auch niedriger. Zum Beispiel, wenn man nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässig ohne Fahrerlaubnis fährt. Hier droht dann nur noch eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Problematisch ist der Teufelskreis, der hier aber in Gang gesetzt wird. Mit der Verurteilung wird eine Führerscheinsperre zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Erst nach der Sperre kann man die Neuerteilung beantragen. Ob man die Fahrerlaubnis erteilt bekommt, hängt dann aber von dem zuständigen Amt ab. Es besteht hier ein Ermessen und es erfolgt eine Prüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Der ganze Vorgang dauert oft so lang, dass viele wieder ohne Fahrerlaubnis fahren. Mache ich mich auch strafbar, wenn mein Führerschein zuvor beschlagnahmt wurde? Auch wenn der Führerschein von der Strafverfolgungsbehörde zuvor zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurde und man trotzdem fährt, kann man sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafbar machen. Auch hier droht aber eine geringere Strafe, nämlich eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Was ist also der Unterschied zwischen der Fahrerlaubnis und auf der anderen Seite dem Führerschein? Dass Fahrerlaubnis und Führerschein dasselbe sein, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Der Unterschied ist aber von großer Bedeutung. Die Fahrerlaubnis ist, wie der Name schon sagt, die Erlaubnis zu fahren. Der Führerschein ist quasi die Bescheinigung hierzu, die man bei sich trägt. Es fehlt an der Fahrerlaubnis, wenn man, wie es der Volksmund sagen würde, den Führerschein nie gemacht hat oder wenn die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Wird einem durch ein Fahrverbot, etwa nach einem Blitzer, nur der Führerschein weggenommen, hat man noch seine grundsätzliche Erlaubnis zu fahren, aber halt nicht in dem Zeitraum. Wenn man ihn dann aber am Ende der Zeit, für die er entzogen wurde, wieder zurückbekommt, darf man wieder wie zuvor fahren und muss den Führerschein nicht neu machen. Wurde einem die Fahrerlaubnis entzogen, muss man den Führerschein aber komplett neu machen. In der Regel ist aber auch das erst nach einer bestimmten, vom Gericht festgesetzten Sperrfrist möglich. Oft verbunden mit einem sogenannten Idiotentest der MPU. Kann mir beim Fahren ohne Fahrerlaubnis auch etwas anderes als eine Geld- oder Freiheitsstrafe drohen? Ja, das kann passieren. Unter bestimmten Umständen kann man zum Beispiel das Fahrzeug, mit dem Sie gefahren sind, einziehen. Diese Folge droht auch, wenn man fährt, obwohl ein Fahrverbot in einem vorherigen Strafverfahren ausgesprochen wurde, oder man in den letzten drei Jahren schon einmal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde. Fahren ohne Fahrerlaubnis kann also durchaus einschneidende Konsequenzen nach sich ziehen. Bei Erhalt einer polizeilichen Vorladung als Beschuldigter empfiehlt es sich also, trotz der recht niedrigen Strafandrohung sofort zum Anwalt zu gehen. Wenn Sie an weiteren spannenden rechtlichen Themen und Neuigkeiten interessiert sind, schauen Sie doch gern auf die anderen Videos an unserem Kanal. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!